und 1600 gold dafür hätten wir gerne andere kraft und das war's und bei dir würden wir gern wieder gold gegen blut tauschen hier blut umhang hast du noch an richtig hier hast du nicht an also war das gewicht nicht reichen also nächste upgrades gewicht und oder anders kraft ein richtiger gold sagt sehr schön wir wollen die ganzen doofen mario umbringen hey so war das nicht abgemacht wollte ich töten ich wollte dich bespringen man muss auch mal ruhig jetzt kommen wir auch das noch ein du was oben der ist ein one-hit aber halt noch relativ nah am eingang sind und unser vorheriger held erinnert sich langsam nicht mehr an die vergangenheit und was über uns zur helle schon wieder tag er erinnert sich daran dass er einst ein bekannter wager quatsch abenteurer war so maja vorsichtig einst hey drei drei schläge ist echt gut ich glaube ich werde mich gleich wieder verziehen müssen vor allem weil ich immer wieder in die geschosse rein laufe das ist echt nicht gut so was hat so viel mehr gold hier okay gucken wir die räume einmal kurz durch ein hund wow so und eine legitime kiste ja mit gold also ja die anliegenden räume gucke ich noch mal kurz durch ja ist okay das ist ganz schön schräg geschossen ich habe sie noch so weit kommen sehen die gegner geben hier nämlich doppelt so viel ich glaube ich gehe mal lieber zurück in einer bereich also der raum ich komme ja gar nicht hier ist okay so genau hier komme ich ja so und runter hühnchen hühnchen sehr schön weg 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 so hier geht es rechts weiter auch wenn hier nicht viel ist hier so links ein raum hier so dacheln komischer raum ganz viele Fässer, Stapeln und ein Zombie. Sonst nix. Kein Weitergang, keine Kiste, kein, gar nix. Au. Oben wäre noch ein Gang gewesen für den Worf, aber das war's dann auch. Au, hier ist ne Kiste. Au, und jetzt brauchen wir schon zwei Schläge. Ne, ne, ne. Ich glaube, nach diesem Leben soll ich ne kleine Pause machen. Irgendwie sind die Reflexe heute nicht das, was sie sein sollten. Und wir haben gut was geschafft. Vor allem das eine Zombie-Leben war echt gut. Aber sonst so eher Mittelmaß ziehen. Warum genau lag dein Hündchen auf dem Boden? Fragen wir nicht nach. Oh. So, links war noch ein komischer Raum. Oh, ein Visionary. Der kaputt ist. Zehn. 2300. Ich glaube, der Charakter will mich jetzt zu Lügen strafen, dass meine Reflexe nicht gut sind. Und jetzt kriegen wir wieder 8.000, 9.000 zusammen oder so. Äh, runter, 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 runter. So, und wir nach oben. Hopps. Äh, du. Du bist so ein Neumarkes-Ding, wollte ich schon sagen. Der ist eigentlich gar nicht hierher. Zing, zing. Oh, Hühnchen. Sehr schön. Und 2500 Gold. Karte sagt, unten und rechts wäre auch noch was. Also erstmal ganz runter. Aha. Und dann rechts ist ein Stachelraum. Hier ist ein Nicht-Stachelraum. Dann nehme ich doch mal den Nicht-Stachelraum. Oh, ein Hühnchen. Ja. Das Spiel, müssen wir definitiv sagen, es soll weiterspielen. Wahrscheinlich aus eigenem Interesse. Äh, zwei. Hops. Zing. Ja, komm, Spiel, gib mir noch mehr Trum. Dann spiele ich auch noch länger. Versprochen. Ganz bestimmt. Äh, rechts jetzt, ne? Genau, zweimal rechts. Wow. Raus da. Ja, Goldsäcke sind auch immer gut. Und Hühnchen und überhaupt. Oh, oh. Oh, oh. Ziel suchende Raketenjagd. Genau. Ich glaube, ich habe das Spiel verärgert. Oh, oh, oh. So ein paar Projektilschmeißer ausschalten. Was ist das? Ja, da ist noch einer. Aber gut, wurde nur einmal getroffen. Das ist vollkommen vertretbar bei so einem Raum, würde ich sagen. So, gib mir eine Vampir-Rune. Curse-Rune. Curse macht die Gegner schwerer. Stimmt. Ey, wenn ich so drüber nachdenke, also in dem New Game Plus Plus, was wir angefangen hatten, wo wir nie mehr als sechs Gegner geschafft hatten, da hätten wir die Gegner einfach schwächer machen können. Oh. Aber na gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt wollen wir eh erst mal grinden. und später bei einem New Game Plus Plus Plus. Da können wir das versuchen mit den Runterstuf-Dingern. Oh, oh. Du bist ein Fast-Boss. Du bist tot. Sehr schön. Also das war so eine Pflanze aus. Plus Plus. Äh, okay. Warten. Ja. So. Du tot. Genau. Irgendwie ist der Wald hier voller Feuerspucker. Was denn nicht so passend kommen muss sein scheint. Aber, okay. Oh, du bist ein richtiger Halboss, der auch eine Kiste bringt. Weil du keine Kiste im Raum hast. die man einfach so klauen könnte. Oh. Ah, du machst das zweimal, okay. Oder ich hau dich einfach kaputt. Komm schon. Und man ab. Fünf Punkte. Ja. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber na gut. Oh. Kaschung braucht neue Hühnchen. Haben gerade richtig viele Leben bei diesem Miniboss verbraten. Ja, und. So, was haben wir da? Oh, ganz viel Sachen zu kaut haben. Und eine Truhe. 4200 Gold. Oh. Wo kommst du näher? Noch mehr zum Butter und aber keine Hühnchen. Komisch. Oh, 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 oh. Du bist ein Cheater-Magier. Jo. Und dich drehen wir einfach mal. Keinen Schaden nehmen. Heißt, wir dürfen töten, aber wir können nicht töten, weil wir da nicht rankommen. Wart mal, zählt eigentlich mein Schild hier für keinen Schaden nehmen? Weiß ich gar nicht. Siffen Rune, also Mana-Entzug. Oh. Sehr schön. Ja, man muss nur meckern. Zing, zing, zing. Gar, put, gar, put, gar, body, put. So. Oh. Sehr schön. Ja, doch. Kann ich klagen. Weg, 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 weg. Unten könnte die Hölle sein. Räumen wir erstmal hier ein bisschen auf. Zing, zing. Äh, das war gerade ein komisches Geräusch. Achso, die Ritter machen die Geräusche, wenn sie sich drehen. Äh, na gut. Oh. Kaputt, kaputt, kaputt. Wollte eigentlich den Skelett da hinten treffen. Oh. Das Skelett. Stirb. So. 4.500 Gold. Aber langsam kommt es mir so vor, als wenn das zäher wird und den Gold einahmen. Oder das ist ja eine Truhe, die könnte das Ganze ein bisschen ausgleichen. So. Jo. 4.000, naja, okay. Fast 5.000. Wollte nicht pingelig sein. Die paar Unzen Gold, was ist das schon heute wert, hm? Oh. So. Was? Ein nach links, ein nach oben, ein nach unten und dann weiter nach unten. Sieht ja fast aus, wenn der Wald bald durch wäre. Oh. Äh, haben wir gerade Lebensmittel bekommen? Für einen Kill? Okay. Wale hopp. So, oben. Unten. Äh, okay. Ja. Ganz viele Stacheln. Und ein Feuer magier, dass ich nicht ausweichen kann. Sehr schön. Okay. Okay. Und kein Schaden nebenbei. Solche Augen finde ich jetzt nicht so schön. Ha, und vorbei. Komm, lass mich raus hier, lass mich raus hier. Das ist eine ganz doofe Idee. Der hätte ich echt einen Achsenzauber haben sollen, oder so ist es in der Richtung. Tung. Damit ich die einfach umbringen kann. Na gut, dann kann ich immer jeden Zauber haben. Du Spust. Du, ah, 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 ah. Oh. Und die auch noch. Ganz schön tief runter. Und über sind Gegner. Kein. So. Fertig mit dem Raum. Wölfe. Links haben wir einen Gegner. Ein Wolf. Ein einsamer Wolf.